Vor langer Zeit stieg der Stamm der Sonoff-Götter mit großem Wissen vom Himmel auf diese Erde herab. Sie haben Traditionen mit mystischen Steinen, die die Kraft des Trägers verstärken. Sein Bruder Raoul führte das Volk nach Sonoffs Vorstellungen. Bald lernte er ein Landmädchen namens Sonja kennen und heiratete es. Raoul gab Sonja einen Stein, um die Insel zu vereinen. Königin Raoul und König Sonja nannten ihr junges Königreich Hyrule. Es ist ein Ort, der den Menschen Freude und Selbstvertrauen gibt. Aber leider wird bald etwas Schreckliches passiert. Die Wüste öffnet sich vor den Tyrannen. Anführer Ganondorf des Gerudo-Stammes tötete Königin Sonja und Stahl ihre geheimen Jubelen. Der Stein verwandelt Ganondorf in einen Mann, der als Satan bekannt ist. Er erschuf Monster und schickte sie wieder in die Unterwelt. Hyrule kämpfte tapfer und tapfer, aber die Hortenmonster waren langsam. Ich bin kurz davor zu weinen. Dann schmiedet Raoul einen geheimen Plan, um den Verlauf des Krieges zu ändern. Er gibt jedem Soldaten einen geheimen Stein. Sie wurden weise und rebellierten gemeinsam gegen den König. Aufgrund seines hohen Status sollte es ein leichtes sein, Ganondorf zu beurteilen. Aber leider, Satans Macht ist stärker, als ich mir vorstellen kann und ich kann ihm nicht widerstehen. Ich habe alles verloren, bis Raoul beschloss, den wichtigsten Schritt zu tun. Das ist blöd! Raoul, lass mich in Ruhe! Ganondorf, diese Arroganz wird dich fallen lassen! Wirst du mein Herz verfügen und meine Magie sterben? Versuchst du mich etwa auszuschließen? Ich würde sagen, das ist eine kluge Wahl. Aber wissen Sie, wie viel das kostet? Unterstütz mich nicht! Ich bin bereit, auch das größte Opfer anzunehmen! König Raoul! Zehntausend Jahre gewinnen für mich. Ich bin unvermeidbar. Sie liegen falsch! Eines Tages wird dich jemand aufhalten! Der Benutzer des verbannten Schwertes! Wettbewerb! Bitte merken Sie sich seinen Namen! Ein Wettbewerb? Das ist großartig! Ich freue mich darauf, Sieg hinzulernen! Jau Leute, ich hoffe, euch hat auch diese Spezialfolge gefallen und wenn dem so ist, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ich noch mehr Folgen durch den Google Übersetzer jagen soll. Ansonsten lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr dieses Format und meinen Kanal unterstützen wollt. Vielen Dank nochmal für den Support auf die bisherigen Folgen. Kuss geht raus, bleibt gesund und schwifty und haut rein! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.